Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich Willkommen zurück im Grunde aus Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir haben ja noch so ein kleines Fragezeichen, irgendeine Verliere? Auf der es einen Schatz gibt. Oder ich? Ja, ist hier einfach... Und jetzt wurde ich es gesehen. Ah, war eine Patrouille auf dem Boot. Aua, hey. Ah, der Schildsturm. Hat funktioniert. Hey, auf dich zu ducken. So, wer schießt hier noch? Irgendjemand schießt hier noch. Ach, da hinten? Ja, ich. Nee. Hm, ich hätte gedacht, irgendjemand schießt hier noch. Scheinbar nicht. Da gibt es hier irgendwie Pfeile zufällig. Pfeile wären gerade total cool. Scheinbar nicht. So, dann nehmen wir hier dieses wunderbar gepanzerte Boot. Ja, der Bootsführer hier ist auch schon abgestiegen freiwillig. So, und dann fahren wir nämlich da hinten mal so Richtung Lagerhaus, würde ich sagen. Ja, dann gucken wir hier. Möglicherweise. Ob der Angriff? Ja, nee. Habe ich jetzt keine Zeit für. Wir müssen zu einem total wichtigen Lagerhaus. Ich kann mal gucken, ob hier... Oh ja. Wir sind hier alle relativ lederreich, wie es aussieht. Können wir ja vielleicht noch ein bisschen Leder dündern. Na, davon haben wir ja auch nie genug von dem Zeug. Sorry, ich weiß Umwege und so, aber... Wenn ich mal einen Pfeil wieder bekomme, scheinbar nicht. Du bist gar kein Krokodil, du bist ein Logodile. Okay, du bist ein Krokodil. Du bist ein Nilpferd. Ups. Ähm... Ach, du bist schon tot? Er sagt nicht, das ist unser Krokodil vom letzten Mal. Da hat man ja hier schon ein paar getötet. Oh, da hat das Flusspferd hier so gewütet. Das kann natürlich auch sein. Ich meine... Das nehme ich natürlich dankend an. Ich werde mich auch bemühen, das Flusspferd hier nicht zu überfahren. Genau. Ich denke, das Flusspferd ist... Dem ist es egal, ob ich das schonen möchte oder nicht. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Ich wundere mich, warum ich nicht schieße. Ja, geil. Gut gemacht. So, lasst mich das kurz einsammeln. Hartes Leder. Kann ich nämlich echt gut gebrauchen. So, und dann gehen wir hier einfach an Land. Ne, Krokodil, äh, Krokodil sage ich schon. Nilpferd, geh weg. So, ich glaube wir sind angelandet. Und dann flüchten wir mal vor dem ragenden Flusspferd. Oh, bist du zufällig? Eine Gatepatrouille? Nein, habe ich nicht gut. Au. Ich wollte gar nicht auf mich schießen. Sei es drum. Ich wollte gar nicht auf mich schießen. Aua. Herr Bayek, du darfst aufstehen. Danke. Du darfst aufstehen. Okay. Hört sich nach dem Plan an. Lass uns das machen, Bayek. Oh. Auf dem Schiffchen da drüben gibt es Eisen. Na gut. Habe ich gerade keine Zeit, mich drum zu kümmern. Äh, wir schnappen uns erstmal das Lagerhaus da drüben würde ich vorschlagen. Und dann kümmern wir uns hier um Krokodile und ähnliches. Was? Der Ort wird wahrscheinlich gut gemacht. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn wahrscheinlich? Was soll ich sagen? Wir krabbeln hier mal auf so ein Dach. Ja, hi. Schlaf ruhig weiter. Das ist das Lagerhaus. Okay. Was gibt es hier zu entdecken? Da drüben gibt es unterirdischen Schatz. Okay. Oh Mann. Hier gibt es schon wieder so viel Zeug zu. Aber ich interessiere mich ja mal für dieses Lagerhaus hier. Ja, gut gemacht. Ja, oder? Was? Der hat auch niemals in meine Richtung geguckt. Man, man, man. So. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Jetzt, da hier keine Wachen sind. Hallöchen. Das klopft. Ja, echt? Was verstecken die hier? Irgendwelche Zwangsabgaben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die einfach nur Lebensmittel schmuggeln. Oder... Ja. Wir haben ein Motto. Das ist nicht das, was ich für die Armee stehe. Es ist das, was Grain auf deiner Tafel legt. Du bist jetzt hier. Wenn der Butcher sagt, jump! Wir jumpen! Ja. Das sind echt ne Menge. Getreidesäcke hier. Okay, Kettenattentat hat nicht funktioniert. Ja. 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 Kettenattentat hat. Und der Kettenattentat hat. Das muss echt ne bisschen reaktiver werden, finde ich. Wenn es einen Norddyssee wieder mit spielt, wovon ich ausgehe. Ähm. Hätte ich gerne, dass das schöner, eindeutiger und besser wird. Ja, gute Idee. Mach das doch einfach mal, Bayek. Ah, ja, ja, ja. Oh, Katze. Dringende Nachricht vom Metzger. Bewahre das Convue wirklich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus, also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Ah, das ist es. Der Butcher ist in der Villa nahe. Es ist Zeit, dass dieser Butcher und ich eine Gespräche haben. Die Gruft der Pracht. Da sehen wir eine an. Hier kommen wir scheinbar direkt. Neben einer ziemlichen Typen raus. So, ich würde ihn gerne mitnehmen. Nicht so. Okay, das ist natürlich günstig, dass wir hier so direkt... Oh, guter Schild. Dafür könnte ich mich ja interessieren. So, vielleicht gucken wir erstmal, wo wir hier überhaupt sind. Okay, das hier ist also eine Villa. Definitiv. Das gehört aber nicht mehr hier zum gleichen Komplex, ne? Okay, wir haben da noch drei Typen. Drei Typen sind natürlich immer doof auf einer Stelle. Aber was soll man machen, ist halt so... Und die durften wohl das Arbeitszimmer des Metzgers bewachen. So ziemlich. Oops. Ah, hier ist der Vlaka, der hat sich mit meinem Geschäft verletzt. Wir waren gerade überrascht. Wir haben gerade überrascht. Du hast gerade überrascht. von Fayoum, starving people for profit. You're not from Fayoum, are you? Your speech reeks of the countryside. That grain belongs on Egyptian tables. You naive backwater Malakia. I take orders from above. If not me, someone else will do this. This is business. People pay what they owe or I take it. It's not personal. I give you a choice now. Leave me alone and live or die here. Others thought the way that you do. Then they murdered my son. Everything is personal. You filthy nekatiadet. Diese arroganten Griechen. Tja, ich würde sagen, Junge, das war ein relativ kurzer Kampf. Überraschenderweise. Für den Bosskampf war der echt kurz. ist auch hier unten gibt es noch irgendwas blaues irgendwo. Ah, hier direkt unter mir. ein Aushang. Notiz des Heilers. Wegen der steigenden Nachfrage muss ich zu meinem Bedauern meine Dienste auf naheliegende griechische Händlergemeinde beschränken. Alle anderen, die einen Heiler benötigen, versuchen ihr Glück bitte woanders in der Stadt. Heiler von Sokna Peonesos. Okay, also hier scheint der Konflikt zwischen den alteingesessenen Ägyptern und den neu hinzugezogenen Griechen ein bisschen beleuchtet zu werden beziehungsweise ins Zentrum gerückt. So, was gab es hier oben noch zu plündern? Wie komme ich denn da hin? Ups, ups. Oh, der Arme. Einfach ausgestopft auf den Boden nicht mehr ausgestopft. Einfach nur gehäutet und auf den Boden geschmissen. Oh, hi. Ja, hier wohnen die reichen Griechen. Habe ich da Hemmungen um die zu beklauen? Nö. So, gucken wir mal auf die Karte machen, vielleicht was Sinnvolles. Hier, ah, direkt über uns gibt es nämlich einen Aussichtspunkt, habe ich gehört. Ein wunderschöner Aussichtspunkt. Und direkt unter uns gibt es dann schon den nächsten Nebenauftrag. Den können wir uns aber erst in der nächsten Folge angucken, leider. Für heute war es das schon wieder Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.